Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talk Between the Towers. Heute möchten wir mit euch ein bisschen über das Thema additive Fertigung sprechen und haben zu dem Thema letzte Woche auch ein Research Paper veröffentlicht, was heute ein Thema sein wird. Allerdings erstmal ein herzliches Hallo an meine Mit-Podcaster. Hi Dirk. Hallo Sebastian. Tolle Stimme übrigens im Moment. Hört sich sehr gut an. Dirk, es ist ganz einfach. Du musst einfach nur eine Woche krank sein und dann hast du so eine Stimme. Also ganz einfach nachzumachen. Erstrebenswert. Hi Augustin, wie geht's dir? Hi Sebastian, mir geht's gut. Ich bin fit und meine Stimme ist, glaube ich, wie immer. Ja. Perfekt, gut. Dann lass uns doch direkt mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Wir haben letzte Woche unser erstes Research Paper veröffentlicht zum Thema additive Fertigung beziehungsweise additive manufacturing. Und da haben wir mit Dirk natürlich den absoluten Experten hier von meinen Mit-Podern bei dem Thema mit an Bord. Deswegen lass uns doch direkt mal ins Thema rein starten, Dirk. Wir hatten schon mal eine Folge zum Thema, aber wir wollen es jetzt nochmal so ein bisschen tiefer legen und einfach was tiefer eintauchen in das Thema. Ja, danke. Ich bin froh, dass du den absoluten Experten mit bei uns im Mein-Inkubator relativiert hast. Genau. Also es freut mich auch, dass wir die Runde hier nutzen, um mal über das Paper zu reden. Es ist unser erstes Research Paper aus dem Mein-Inkubator, also der Auftakt für eine neue Reihe von Publikationen, die sich so ein bisschen einreihen soll, auch in das, was es bisher von uns schon gibt. Also Sebastian, sollte man nicht verschweigen, ihr habt ja auch so ein Quarterly, wo ihr immer so ein bisschen die Venture-Seite unserer Tätigkeiten beleuchtet. Und auch aus dem Prototyping heraus haben wir eigentlich schon im Laufe des Jahres entschieden, dass es total sinnvoll wäre, mal nach außen hin auch aufzuzeigen, was denn unser Blick auf diese Technologien, mit denen wir uns da beschäftigen, so ist. Und das auch nicht aus Selbstzweck, sondern wirklich halt auch mit der Idee eigentlich, euch da draußen anzuregen, auch mal einen Einblick in unsere Gedankenwelt zu kriegen und vielleicht mitzudenken, dagegen zu denken, wie auch immer. Und dass wir uns vielleicht auch in einen Austausch begeben, weil wir machen einen Austausch untereinander, Augustin, wir quatschen immer mal über die Geschichten und kommen da auch auf hier und da auf gute Ideen. Aber wir haben natürlich in der Vergangenheit viel gemerkt, dass je breiter man so Geschichten streut, umso mehr Austausch es gibt, umso besser kommt man auf neue Gedanken und Impulse. Also von daher Auftaktpapier, Additive Manufacturing Research Paper. Breite ist ein gutes Stichwort. Tatsächlich, wenn wir uns das Paper mal anschauen, da haben wir ja wirklich die volle Breite aller Perspektiven und Sichten auf die Sache mit drin, über die Wissenschaft, über Finanzleistungen, natürlich die Technologie als solches, Schnittstellen zu anderen Technologien, rechtliche Sicht, Investorensicht. Also es ist ja wirklich unsagbar vielschichtig geworden, das Paper. Wer hat denn alles mitgeschrieben, Dirk? Ja, da bin ich auch mega stolz drauf, dass wir da jetzt tatsächlich so ein wirklich gehaltvolles Werk auch draus gemacht haben. Und wir haben zum Glück das nicht auf unseren eigenen Sachen nur aufgebaut, sondern wir haben uns Partner wirklich von draußen auch reingeholt, weil klar gucken wir uns die Technologie aus unserer Perspektive an, aber es gibt noch ganz viele Perspektiven, die wir gar nicht einnehmen können, weil wir den Background nicht haben. Darum haben wir uns jemanden aus der Wissenschaft geholt, und zwar den Erik Feldbaum vom Aachen Center of Additive Manufacturing, kurz ACAM. Das ist eine ganz interessante Institution. Die sitzen da ganz nah am RWTH Aachen, also da, wo auch wirklich in anderen Geschichten viel geforscht wird und wo wirklich das Know-how auch da ist. Und den habe ich letztes Jahr auf der Formnext, das ist so die Messe für additive Fertigung, hier in Frankfurt getroffen und kennengelernt. Und das hat von Anfang an ganz gut gepasst, so im Austausch. Und da haben wir gefragt, ob der nicht was zu den wissenschaftlichen Themen schreiben möchte. Und da war er gerne mit dabei und hat tatsächlich mal so beleuchtet, wo man eigentlich beim 3D-Druck, wie es ja umgangssprachlich auch heißt, so steht. Also was gibt es für Verfahren, was sind die Herausforderungen, was ist aus wissenschaftlicher Sicht eine Zukunftsperspektive, wie schätzt der das ein? Und ich weiß nicht, habt ihr da mal reingelesen? Also ich finde es wertvoll, so in einem kurzen Abriss, also nicht so wie so eigentliche Research Paper, sondern doch noch gut verdaulich mal wiedergegeben, wo die Technologie steht. Aber ich habe vielleicht auch einen verbauten Blick. Habt ihr mal drauf geguckt? Definitiv. Also ich fand es ganz interessant. Vor allem sind ja auch für die visuellen Typen unter uns viele Filigrafiken zum Thema drin. Was mich so ein bisschen interessieren würde, ich meine, viele von unseren Hörern werden jetzt wahrscheinlich nicht jeden Satz, jede Zeile lesen können. Und du hast gerade darüber gesprochen, über den Status Quo aus Wissenschaftsperspektive. Was ist denn der Status Quo? Ja, also so, wenn ich das mit meinen Worten wiedergeben soll, dann würde ich sagen, die Wissenschaft ist da eigentlich in der gesamten Bandbreite noch dabei, das Thema weiter zu erforschen. Also das ist noch alles relativ früh. Sowohl was die Verarbeitungsprozesse, also die unterschiedlichen Verfahren angeht. Ja, da passiert noch wahnsinnig viel. Da gibt es mittlerweile, lass mich lügen, zwei Hände voll unterschiedliche Verfahren. Ja, und ich glaube, die werden sich in der Zukunft noch ein bisschen aufsplitten, weil an jedem einzelnen Verfahren noch geforscht wird und sich da für den oder einen anderen Verwendungszweck eben noch unterschiedliche Unterverfahren abspalten. Gleiches gilt für die Materialien. Ja, eine ganz wichtige Sache. Was nutze ich denn eigentlich, um so einen 3D-Druck zu machen? Ja, und das ist ja lange nicht mehr nur das PVC, was auf so einer Rolle, an so einem Bindfaden in das Gerät reinläuft und geschmolzen wird, sondern es gibt ja Pulvermaterialien und flüssige Materialien und alles Mögliche mittlerweile. Und auch da passiert wahnsinnig viel. Und dann, was ich immer sehr interessant finde und was halt auch so mal den Blick öffnet dahin, dass das ein echtes Geschäftsmodell oder dass da auch ganz viele Geschäftsmodelle dahinter stecken und dass es nicht nur um den Verkauf von diesen Geräten, den Druckern und den Materialien geht, sondern das Ganze braucht auch eine Vorbereitung, also ein Pre-Processing und eine Nachbereitung, ein Post-Processing. Was bedeutet das? Wenn man schon mal so einen 3D-Druck gesehen hat, wie der aus dem 3D-Drucker rauskommt, ist der noch nicht final. Da ist die Oberfläche vielleicht noch nicht so, wie ich sie brauche. Das heißt, das muss noch nachbearbeitet werden. Und bevor der da rauskommen kann, muss ich natürlich auch so eine Druckdatei, dieses 3D-Modell virtuell erst mal erstellen. Und auch da gibt es wahnsinnig komplexe Verfahren, die dem Ganzen vorgelagert sind, wo auch wahnsinnig viel sich noch entwickelt. Also da ist noch viel Luft nach oben drin und da sind wir noch lange nicht am Nonplusultra angekommen. Aber ich meine, was ich vor allem interessant fand bei dem Thema, wie wir es aus wissenschaftlicher Sicht bearbeitet haben, war, welche Branchen denn aktuell auch ein bisschen führend sind oder wo es viele Anwendungsfälle gibt. Und was immer wieder auftaucht, ist irgendwie die Luft- und Raumfahrt, aber auch der Automobilsektor. Und das Lustige ist ja immer, wenn du die Medien verfolgst, wenn du im Fernsehen Berichte über die Automobilindustrie siehst oder irgendwelche Blogs liest, es kommt immer darauf wieder hinaus, dass die Automobilindustrie relativ rückständig ist und den Anschluss verpasst. Und das mag wahrscheinlich auch in vielen Teilen so sein, aber es ist trotzdem, glaube ich, wie wichtig so eine große Industrie ist, um in anderen Bereichen, die da vielleicht verwandt sind zu der Automobilindustrie, wie halt die additive Fertigung, dass du da irgendwie auch nah dran bist. Und so kannst du diese neue Technologie auch früher zur Reife treiben. Und das hat mich wirklich überrascht. Ja, genau. Und die Tatsache, dass diese Branchen da tatsächlich trotzdem einsteigen, obwohl sie vielleicht sonst nicht so an der Spitze sind, könnte aber auch daran liegen, dass die einen Riesenvorteil aus einer Eigenschaft von 3D-Druckprodukten ziehen, nämlich, dass da weniger Material im Zweifel drin ist und damit das Gewicht geringer ist. Ja, also der 3D-Druck ermöglicht ja Konstruktionen, die mit bisherigen Verfahren so nicht möglich waren und die am Ende dazu führen, dass ein Bauteil viel leichter ist. Und Luftfahrt und Fahrzeugtechnologie, wenn das leichter ist, brauchst du weniger Kraftstoff am Ende des Fahrzeugs. Und das ist natürlich ein wirkliches Thema für die. Und das Schöne ist, dass zahlt darauf die Nachhaltigkeit ein. Genau. Aber vielleicht ganz kurz nochmal eine schnelle Frage, bevor wir jetzt zum Thema auch Nachhaltigkeit in der Technologie gehen. Wenn du sagst, zum Beispiel verschiedene Bauteile, gerade im Automobilwesen, kannst du mit 3D-Druck leichter herstellen, bedeutet das, dass wir trotzdem die gleiche Stabilität haben in den Stoffen? Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist ja genau der Punkt. Also das Schöne ist, dass du, musst du dir mal in dem Paper auch angucken, da sind ein paar ganz gute Bilder dazu drin. Keine Ahnung, irgendwie so ein Querträger in einem Auto, kannst du dir vorstellen. Das war früher immer so ein Aluminiumteil, was total massiv ist, und durchgängig ist und wie so ein Gebäudeträger, so ein T-Träger in einem Gebäude, kann man sich das vielleicht vorstellen. Und mit modernen Technologien, vor allen Dingen auch Simulationen im Computer, kannst du halt wirklich rauskriegen, wo genau für dieses Bauteil in dem Auto eigentlich wirklich die Kraft aufgenommen werden muss. Das heißt, wo das Bauteil eine gewisse Stärke haben muss und wo vielleicht weniger. Und an den Stellen, wo es weniger Stärke braucht, da kann man halt auch Material wegnehmen. Und die bisherigen Verfahren haben das aber dann nicht hergegeben, das wirklich so zu produzieren. Mit dem 3D-Druck kannst du das, weil das wirklich komplett im dreidimensionalen Raum alle Freiheiten gibt. Daher kommt es. Wow, okay. Also ich meine, ich beschäftige mich natürlich nicht jeden Tag mit dem Thema. Und gerade dieser Punkt, finde ich, für ein Laien wie mich, ist es mit einer, glaube ich, der größten Vorteile, die du aus der Technologie rausholst. Jetzt in meinem naiven Blick natürlich. Aber das ist halt schon eine starke Weiterentwicklung. Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer der Positivpunkte, der Pluspunkte der Technologie. Und wie kurz eben erwähnt, zahlt auch sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Nicht nur, weil in der Produktion tatsächlich an sich schon weniger Abfall entsteht, weil eben nicht irgendwo noch was weggeschliffen oder abgeschnitten wird, sondern weil ja nur so viel Material eigentlich aufgewendet wird, wie am Ende auch im Produkt drin ist. Also so ziemlich zumindest. Da gibt es noch so ein paar Stützstrukturen, die möglicherweise am Ende wieder wegfallen. Aber das ist auf jeden Fall viel weniger als in traditionellen Verfahren. Und wie gesagt, wenn das Bauteil am Ende sogar ein geringeres Gewicht hat und das Auto dadurch weniger Sprit verbraucht, wenn es fährt, oder weniger elektronische Energie, im besten Fall vielleicht in Zukunft, umso besser, ja. Dann hat es gleich noch eine doppelte Wirkung. Sehr spannendes Paper. Ich fand auch übrigens den einen, also ich meine, wir reden ja immer davon, additive Fertigung, was hat das überhaupt mit Banking zu tun? Und ich fand das ganz cool, dass wir einmal die ganzen Bereiche der Bank identifiziert haben, also Einlagen, Kreditgeschäft, Versicherung, Kapitalmarkt und den jeweiligen Einfluss dieser Technologie auf diesen Bereichen. Das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil naheliegend ist es erst mal nicht. Also man muss erst mal drüber nachdenken. Es ist noch so frisch und so neu, dass wir, und das ist ja nun mal unsere Natur, dass wir jetzt erst mal identifizieren müssen, wie nach, oder wie einflussreich ist diese Technologie auf auch das Banking. Auch der rechtliche Teil, den fand ich auch interessant mal zu lesen, wie man eigentlich aus rechtlicher Sicht über additive Befertigung nachdenken kann. Also das ist auch ein Teil, den man normalerweise immer ausblendet. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn es um regulatorisches geht, um Schutzrechte etc. Was juckt es mich? Ich will es erst mal anwenden. Wir kommen dann eigentlich immer an dem Punkt drauf, wenn wir einen schicken Prototypen mit Technologie gebaut haben und dann jemand aus dem Produktmanagement von einem Unternehmen fragt, ja okay, und wie kriege ich das Ding jetzt auf die Straße? Was muss ich da noch beachten? Passt das zu den und den Standards? Und hier, die und die Vorgaben sind die erfüllt? Dann kommen die immer ins Spiel, genau. Aber wir haben halt jetzt schon mal gedacht, lass mal drauf gucken, was sind denn die Herausforderungen? Und da bin ich auch total stolz, dass wir da den Julian Westphal von SKW Schwarz, das ist eine Kanzlei, die sich auch sehr auf Technologiethemen fokussiert hat und der Julian hat das Thema wirklich mal sehr gut beleuchtet, ja und da wirklich herauskristallisiert, wo da die Knackpunkte sind und die gibt es tatsächlich noch. Also da muss schon noch ein bisschen was passieren, dass der Weg geebnet wird, um hier wirklich so eine Transformation, wie ich sie hier und da mal in dem Paper skizziere, auch wirklich möglich zu machen. Was ist denn einfach da in dem Bereich dann das größte Hindernis aus Sicht der Juristerei? Also so ein konkretes Hindernis, sage ich mal, dass man jetzt sagen würde, ich bin aktuell aufgrund der Gesetzeslage nicht befähigt, da so eine 3D-Druckfabrik hinzustellen. Das gibt es natürlich nicht, weil das Produktionsverfahren an sich ist natürlich irgendwie schon zugelassen und so. Aber wenn man so ein bisschen ins Detail geht, dann entstehen durch diese neuen Möglichkeiten halt auch Konstellationen, die bisher einfach nicht geregelt sind. Also ein Knackpunkt, der viel diskutiert ist, wo es hier und da auch schon ein paar Lösungsansätze gibt und der auch tatsächlich Teil dieser Analyse, was bedeutet das für das Banking ist, ist so die ganze Geschichte rund um IP-Rechte. Ja, also so ein 3D-Druck beginnt ja mit dem Design eines virtuellen Elements, also eines virtuellen Modells von dem Produkt, was ich produzieren will, was dann am Ende eine Datei ist. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern an die Zeit, wo die Musik plötzlich nicht mehr auf CD, sondern plötzlich als Datei da war und dann uns überlegen, was mit der Musikindustrie passiert ist, weil man so eine Datei super einfach vervielfältigen und durch die Gegend schicken kann, das befürchtet man halt auch genau für diese 3D-Modelle. Das ist Fluch und Segen zugleich, ja. Also es gibt heute schon ganz tolle Portale, auf denen man, keine Ahnung, ein 3D-Modell für einen iPad-Halter kostenlos runterladen kann, weil sich irgendein Hobbybastler das ausgedacht hat und da frei zur Verfügung stellt. Das ist ganz toll, ja. Das ist so ein Plattform-Gedanke, der uns in der Gesellschaft natürlich schon voranbringt. Auf der anderen Seite, wenn du halt dir ein Produkt ausdenkst und entwickelst, was du wirklich vermarkten willst, dann musst du diese Datei natürlich sauber unter Verschluss halten, damit die eben nicht von irgendwem einfach kopiert werden kann. Absolut. Oder manipuliert werden kann. Oder auch das, genau. Aber bedeutet das dann im Endeffekt auch, dass der Plan, was ich erschaffen will, eigentlich mehr wert ist als die eigentliche Druckleistung? Weil mein Gedanke war jetzt, dass das Drucken immer noch unglaublich schwer ist. Ja, das ist heute auch nicht mehr unbedingt der Fall. Es kommt natürlich total darauf an, was du drucken willst. Den iPad-Halter kann ich dir im Büro bei uns drucken. Ja, kein Problem. Da haben wir einen kleinen 3D-Drucker stehen. Angeber. Da kannst du es machen. Du kannst aber auch einfach zum Konrad oder zum, ich glaube, bei irgendwelchen Baumärkten gibt es es auch schon. Die haben auch schon einen Drucker da stehen. Da kannst du einfach hingehen mit dem USB-Stick, wo deine Datei drauf ist und den ausdrucken. Und auch so ähnlich habe ich das skizziert. Das ist halt, du gehst heute in eine Drogerie, um ein Foto auszudrucken, wenn du es nicht mehr nur auf dem Telefon angucken willst, sondern mal wirklich als Papier in der Hand haben willst. So ähnlich kannst du dir das vorstellen, dass es zukünftig mit 3D-Druck passiert. Und die Ansätze sind schon heute da. Ehrlich gesagt, ist die Frage berechtigt. Was ist dann mehr wert? Ist es das digitale Foto, was du druckst auf dem Papier oder ist es das gedruckte Papier mit dem Foto? Und ich würde das gar nicht so eng sehen, sondern die Antwort darauf ist eigentlich, das muss man entkoppeln in Zukunft. Weil Produktion ist zukünftig nicht mehr, jemand denkt sich was aus und am Ende kriegt ihr das Endprodukt in einem Karton von Amazon vor die Tür gestellt, sondern du kannst es entkoppeln. Jemand designt etwas und dieses Design hat einen Wert. Dann lädt ihr das auf eine Plattform hoch. Der Plattform-Provider kann auch davon profitieren, dass er das der Community zur Verfügung stellt und dann dafür vielleicht auch Geld nehmen, dass die sich das bei ihm runterladen. Und dann gibt es halt wiederum andere Anbieter, die das Produzieren tatsächlich ermöglichen, wie eben jetzt im Moment ein Baumarkt um die Ecke oder vielleicht zukünftig irgendwie so ein Printshop, 3D-Printshop, den es in jedem Stadtviertel gibt, wo du halt wie heute zu einem Copyshop hingehst und dann dir deinen 3D-Druck abholst. Und so muss man das entkoppeln. Und da, ganz interessant, kommt auch ein zweiter Aspekt der rechtlichen Fragestellung mit ins Spiel. Denn wenn du das Ding heute von Amazon nach Hause vor die Tür geschickt bekommst, dann hast du da Garantie drauf. Und die garantiert dir der Hersteller, weil der das auch produziert hat. Und wenn du dir das Ding selber zu Hause auf deinem eigenen Drucker druckst, wer übernimmt denn da die Gewährleistung? Und das sind halt Themen, die hat sich bisher noch keiner so richtig, also die sind bestimmt schon in Diskussionen, aber das sind halt Themen, die noch nicht geregelt sind. Und das finde ich ganz interessant, das auch mal zu beleuchten. Wer das alles sich mal durchlesen möchte und Lust hat von unseren Hörern, einfach mal einzusteigen in das Thema additive Fertigung und den ganzen verschiedenen Perspektiven auf die Sache, auf diese Technologie, wo finden wir es? Bei LinkedIn entweder haben wir das Paper verlinkt oder natürlich auf unserer Website mein-inkubator.com und dann gibt es einen Menüpunkt Papers. Dort könnt ihr es kostenlos runterladen. Im Übrigen, es gibt den Menüpunkt Papers, weil wie Dirk schon anfangs sagte, wir werden demnächst noch weitere Paper vereinfachen zu den anderen Technologien, also seid gespannt. Und wenn ihr die Zwischenzeit nicht füllen könnt, dann gibt es auch das Quarterly. Sebastian, willst du noch mal ganz kurz erzählen, was im Quarterly alles so zu finden ist? Nee. Nee, okay. Kleiner Spaß natürlich. Also wenn du mir schon die Vorlage bietest, Augustine, dann mache ich das natürlich gerne. Quarterly, wie der Name schon sagt, einmal im Quartal kommt vom Venture-Team, von meinen Quartal, so ein kleiner Marktüberblick, was passiert gerade in der Welt von den Startups, von den Investoren, welche Trends kann man hier beobachten und da die Welt halt sich so schnell bewegt, ja, gerade durch, wir haben Covid, wir haben irgendwie immer wieder neue Trends, auch über die wir hier reden, über zum Beispiel additive Fertigung und wir schauen halt ein bisschen darauf, wie wirkt sich das auf die Welt der Startups und der Investoren aus. Also daher auch immer ein spannendes Thema, ist auch immer frei verfügbar, daher das nächste müsste auch in wenigen Wochen zur Verfügung stehen. ganz genau, auch auf der Homepage, schaut rein. Gut, ich glaube, damit kommen wir zum Ende. Das sollte als Teaser reichen. Wir wollen ja auch nicht alles hier vorlesen, das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Geschichte, sondern wir wollen euch da draußen ja dazu inspirieren, auch mal einen Blick reinzuwerfen und im besten Fall sogar dazu zu inspirieren, auch zu den Themen mit uns in Kontakt zu treten. Also schaut mal rein und meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder sogar anderer Meinung seid. Wir setzen uns gerne damit auseinander, wir freuen uns drauf. Ihr erreicht uns wie immer unter der E-Mail-Adresse talkatbetween-theminustowers.com Wir freuen uns auf eure E-Mail. Ich kann es bald nicht mehr sagen. Okay, wir müssen da was machen. Vielleicht sollten wir einfach nochmal so ein Plus einfügen, damit der mit Aussehen nicht immer Minus sagen muss dazwischen. Gut, Sebastian, du hast gestartet. Letzte Worte. Gut, dann würde ich sagen, nähern wir uns hier schon dem Ende, beziehungsweise wir nähern uns nicht dem Ende, wir sind am Ende. Mir bleibt nur übrig zu sagen, vielen Dank euch beide, dass ihr wieder mit von der Partie wart. Sehr gerne. Gerne und ebenfalls danke. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir melden uns einfach nächste Woche wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Ciao.